Tiefgreifende Erdbewegungsarbeiten Tiefgreifende Erdbewegungsarbeiten – kein Problem für unsere robusten und leistungsstarken Bagger vom Markenhersteller Hitachi. Zur Orientierung, welcher Bagger auf Ihr Bauvorhaben zugeschnitten ist, haben wir die Maschinen nach Betriebsgewicht in drei Leistungsklassen unterteilt. Wir unterscheiden zwischen Kettenbagger, Raupenbagger und Minibagger. Jeder Gruppe gehören zwei Maschinentypen an. Weitestgehend bestimmen die Platzverhältnisse, das zu bewältigende Volumen und die Zugangsvoraussetzungen die Auswahl der Maschine. Die erste Leistungsklasse bilden der MB110K und der MB200. Die sogenannten Minibagger. Trotz der geringen Größe verfügen die Monoblock-Schwenkausleger über extrem hohe Reiß- und Losbrechkräfte. Ein Highlight bei beiden ist der verstellbare Unterwagen. Die variable Spurbreite ermöglicht es einerseits enge Durchfahrten zu passieren, andererseits die Standfestigkeit enorm zu erhöhen. Somit kombiniert die Gruppe der Minibagger Kompaktheit mit Leistungsstärke und ermöglicht so Erdbewegungen auf engstem Raum. Bei Minibagger MB110K ist die schmale Baubreite von gerade mal 0,8 Metern besonders hervorzuheben. Durch zusammenfahrbare Kettenverwerke und einen umklappbaren Überrollbügel ist sogar das Passieren von Türen, schmalen Einfahrten und Gartentoren, sowie das Befahren von Gehweg und Bürgersteig möglich. Schmale Durchfahrten stehen Ihnen auch mit dem MB200 nicht im Weg. Eine Baubreite von 1,04 Meter zeichnet dieses Modell aus. Das geringe Betriebsgewicht ermöglicht sogar Einsätze auf Betondecken mit entsprechender Tragkraft und steigert die Produktivität enorm. In der kalten Jahreszeit sorgt eine Heizung für Wohlbefinden in der Kabine. Durch geringe Baubreite und Betriebsgewicht lassen sich die Minibagger zudem problemlos mit einem Anhänger, den Sie ebenfalls in unserer Mietstation erhalten, transportieren. Minibagger sind echte Allround-Talente. Sie eignen sich insbesondere für kleinere Baggerarbeiten rund ums Haus, zum Beispiel für Drainagearbeiten, im Garten- und Landschaftsbau oder beim Wegebau. In die zweite Kategorie haben wir die Raupenbagger eingestuft. Sie sind beliebte Mietgeräte für umfangreichere Erdaushub- und Planeerarbeiten oder für das Verladen von Bauschutt. Durch den Kurzheck-Aufbau sind der RB350K und der RB510K trotz ihrer Größe auch in schmalen Baubereichen, zum Beispiel im Straßenbau, optimal einsetzbar. Die geräumigen, panoramaverglasten Sicherheitskabinen mit integrierter Klimaanlage sorgen bei beiden Modellen für zusätzlichen Komfort. Der 1,57 Meter breite RB350K eignet sich besonders für Bauarbeiten unter erschwerten Arbeitsbedingungen. Eine Verstärkung des Planierschilds, der Frontausrüstung sowie des Unterwagens sorgen für ein hohes Maß an Stabilität. Der Monoblock-Schwenkausleger mit 1,52 Meter langem Löffelstiel hält extremen Belastungen stand und ermöglicht Grabtiefen von bis zu 3,13 Metern. Eine Nummer größer und mit den gleichen Vorzügen wie der kleine Bruder ausgestattet, wartet der RB510K mit einem 1,69 Meter langen Löffelstiel auf, wodurch Grabtiefen von bis zu 3,65 Meter realisierbar sind. Zuverlässige Leistungen bei umfangreichen Erdarbeiten sind bei diesem Modell garantiert. Bagger ab einem Betriebsgewicht von 8 Tonnen zählen zur dritten Leistungsgruppe, den Kettenbagger. Einsätze auf unwegsamen, großen Baustellengeländen, z.B. im Hoch- und Tiefbau, sind dank der leistungsstarken Motoren, geringer Heckschwenkradien und der enormen Grabtiefen ein leichtes für Sie. Der KB850K und der KB1550K sind die idealen Partner beim Ausheben und Verfüllen von Baugruben oder beim Verladen von Baumaterialien. Auch bei harten sowie steinigen Böden zeichnen sich die Kettenbagger durch hohe Reiß- und Losbrechkräfte aus. Für Großbaustellen und schwere Bauvorhaben auf behängten Arealen sind sie genau die richtige Wahl. Durch seinen Monoblock-Schwenkausleger mit 2,12 m langem Löffelstiel erreicht der KB850K eine Grabtiefe von knapp 4,50 m. Die geräumige Komfort-Sicherheitskabine verfügt über einen gefederten Fahrersitz mit Sitzheizung, welcher sich horizontal und vertikal verstellen lässt. Der hydraulische Verstelausleger ist kennzeichnet für den KB1550K. Dieser Ausleger ermöglicht ein hohes Maß an Bewegungsflexibilität sowie eine Grabtiefe von bis zu 5,30 m. Besonders komfortabel ist bei diesem Modell zudem die Kabine. Ein ergonomisch geformter Sitz mit Sitzheizung und eine Heckkamera, die sich automatisch beim Rückwärtsfahren auf dem breiten LCD-Farbmonitor einschaltet, erleichtern die Arbeit enorm. Kommen wir zu den vielen Gemeinsamkeiten, die Hitachi-Bagger in ihrer Klasse nahezu konkurrenzlos machen. Unsere modernen und innovativen Maschinen verfügen alle standardmäßig über einen Planierschild, welches zur Stabilisierung von Nivellierarbeiten, beim Auffüllen von Gräben und für das Räumen von Flächen auf Baustellen nützlich ist. Im Mietpreis eines Baggers sind stets zwei bezahnte Tieflöffel mit unterschiedlicher Größe enthalten. Dies bietet Ihnen hohe Flexibilität für Ihre Grabarbeiten. Aber auch eine große Anzahl an zahnlosen Böschungslöffeln lässt sich zusätzlich mieten. Im Angebot führen wir Grabenraumlöffel mit Schnittbreiten von 850 mm bis 1800 mm. Somit lässt sich jeder Bagger durch bedarfsgerechtes Zubehör optimal an die individuellen Begebenheiten ihres Bauvorhabens anpassen. Alle Bagger zeichnen sich durch das Lehnhoff-Schnellwechselsystem aus. Durch dieses System können die Lehnhoff-Löffel einfach, sicher und zügig ausgetauscht werden. Per beiliegendem Steckschlüssel lässt sich die Verriegelungsmechanik mühelos betätigen. Durch Linksdrehungen bis zum Anschlag öffnen sich die Riegelbolzen und ermöglichen das Absetzen des Löffels. Nach dem Aufnehmen des anderen Löffels wird das Lehnhoff-Schnellwechselsystem wieder verriegelt. Ohne lange Rüstzeit ist der Bagger nun einsatzbereit für den nächsten Bauabschnitt. Die Bagger von Biomethe sind ideal für Arbeiten auf empfindlichen Untergründen. Gummibewährte Kettenantriebe reduzieren Bodenschädel auf ein Minimum und bieten zusätzliche Vielseitigkeit in den unterschiedlichsten Einsatzumgebungen. Des Weiteren zeichnen sich unsere Maschinen durch einen sehr geringen Heckschwenkradius aus. Das durchgängige Kurzheck-Konzept schafft enorme Vorteile, da auch mit größeren Maschinen auf beengten Baustellen produktiver gearbeitet wird. Ein hohes Maß an Sicherheit bieten die Kabinen mit Panoramaverglasung, die durchweg für eine optimale Rundumsicht sorgen. In Kombination mit dem kurzen Heck werden so beim Schwenken weniger Unfälle auf Baustellen verursacht. Als weiteres Sicherheitsfeature erfüllen alle Kabinen und Schutzsächer die hohen Anforderungen der Rollover Protective Systems Standards. Rundumsicht bietet unser Mikrobagger MB110K im Überfluss. Doch auch ohne Kabine kann sich der Fahrer dank des geprüften Überrollbügels auf die gleichen hohen Sicherheitsstandards verlassen. Die Modelle MB110K bis KB850K sind alle fünf mit einem extrem stabilen Monoblock-Schwenkausleger ausgestattet. Nur mit einem Schwenkausleger ist ein paralleles Arbeiten entlang von Begrenzungsmauern oder Stellkanten auch außerhalb der Fahrwerksbreite möglich. Auch bei Dämmerungen können Sie Ihre Arbeit mit unserem Bagger noch fortsetzen, da jedes Modell über eine oder mehrere Arbeitsleuchten verfügt. Starten Sie jetzt Ihre Mietanfrage und lassen Sie sich von unserem Serviceteam individuell für Ihr Projekt beraten. Vom Garten- und Landschaftsbau, über den Straßenbau bis hin zum Hoch- und Tiefbau. Für jeden Grabaufwand hält Bayer Mietservice die passenden Bagger für Sie bereit. WDR 2021 WDR 2021 WDR 2021 Untertitelung des ZDF, 2020